Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Dead by Daylight mit Denise, Colin und mir. Wir starten auf Protospan. Brenn, 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 Brenn. Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin da bei irgendeinem Ausgang, ich mach wie ein Gen. Ich auch. Ey, ich hab volles tolle zufällige Perkbeut bekommen. Wir haben einen Doktor. Ich hab einfach Hellsicht-Adrenalin. Gefährliche Maßnahmen oder so heißt das. Und Gelegenheit nutzen. Hi. Hi. Ja, das hat irgendwie gestern all meine Sekunden gelöscht, nachdem das Spiel ja gecrashed ist. Weißt du, Denise, Dani und ich haben ja gestern noch gespielt. Und dann hat einfach ja nichts mehr funktioniert. Das Spiel ist komplett abgekackt. Und wir konnten noch nicht mehr rein. Wir hatten beide dieselbe Fehlermeldung. Und dann sind wir zu Texas rübergegangen. Und dann haben wir einfach keine Runden mehr gefunden. Das ist lustig. Haben die ein Perkbild geändert? Welches Perkbild? Ja, mein... Ich hatte ja... Ich weiß nicht, welches ich noch mal mit hatte. Aber das war vorher ein anderes Bild. Und jetzt ist das einer mit der nächsten Bilder. Ja, das sind die alten Bilder, weil Steve und Nancy ja jetzt wieder offiziell zurück sind. Ja. Deswegen haben die... Haben sie die Bilder zurückgebracht. Ich hatte voll den kleinen Skillcheck, das ist uncool. Damit habe ich mich gerechnet. Hi. Du kommst ohne Killer, ne? Hi. Ich hab Killer. Sorry. Du! Ich hab dich gewarnt. Ja, zu spät. Du hast das gesagt. Und dann ging ich auch erst los. Es ging ja erst mal los. Sorry. Also voll den Onryo-Skillchecks. Arschbohrer. Ich glaube, der ist noch nicht so lange in dem Spiel. Der schlägt recht. Naja, aber das hat ja nichts mit Doktor zu tun. Dass er fünf Minuten zu früh reinschlägt. Oh, wie süß. Gibt's hier einen Toten? Ja. Auch meine lila Glyphe. Vier Stück und ich hab bis jetzt keine einzige gefunden. Oh, ich glaub ich hab noch ne blaue. Weil lila Glyphe auch nur für Killer sind. Ja, lila Glyphe sind Killer. Ich glaube, die wird bald... Das ist die einzige... Das ist eigentlich die Killer-Aufgabe, lila. Ja, lila Glyphe ist ein Killer. Was? Meine blaue Glyphe! Nein, der lila. Muss ich gleich nochmal gucken. Ja, weil lila gibt's nur für Killer, weil die laufen vor dem Killer weg. Und der Killer sieht dann immer, wenn er jemanden aufhängt, wo die sich gerade befindet. Dann muss er da hinrennen und die Glyphe rennt aber die ganze Zeit sozusagen. Er, sie ist... Es kommt hier in die Richtung. Was hätte der anderen her? Bleib doch mal... Ja. Ja. Äh... Ich seh Colin gerade nicht, aber ich weiß ungefähr, wo er hing. Aber Glyphe ist bei mir. Dann mach ich jetzt hier den Glyphe. Unten im Main. Er lässt mich in Ruhe. Oh. Sie hat mir die Blutstillungsspritze gegeben. Stopp. Ich guck gerade zu. Überladen. Ich will den Glyphe machen. Bin ich, ich mach unseren Glyphe wieder. Ich will den Glyphe abhängen. Wo liegt denn die? Guck da. Ach so. Aber wird die Läger weg. Ach so etwas. ... weil ich es zweimal platzen lassen hab. Er ist nicht mehr bei mir. Nee, der ist ein Glaskasten. Ja, der meinst du. Fini ist unser Jan ist einfach bei Null. Oh, ist kalt. Der hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Easy. Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Ah! Oh, mein Gen ist gepoppt. Wartest du, oder ich warte, oder warten wir beide? Ich beruhige mich mal, Aina. Ich glaube, er kommt, oder? Oh, ja, da ist er hoch. Bisschen zu spät, weggerannt. Hi, Jill. Jill ist am Ende. Oh mein Gott, die bewegen sich! Oh mein Gott! Oh, hinter mir ist direkt ein Ausgang. Immer frisseln. Was wagen wir, sich auch noch zu bewegen? Ich mach eben hier hinten schon mal den Ausgang. Danke. Ja, Colin hat mich geholt. Dafür kann ich aber nicht, dass du früh geschockt bist. Alles gut. Jetzt Evo die Farm. Nee, der kommt zu uns, ich krieg hart geht. Ja, der kommt von da hinten. Jetzt. Auf. Dann sind wir raus. In dem Moment, wo das aufging, wollte ich mich anscheinend auch noch beruhigen. Okay, das war dann somit die erste Runde, wir sehen uns gleich in der zweiten wieder. Und damit wir kommen zurück zur zweiten Runde. Jetzt aber nur mit Lisa und mir, Colin, setzt eine Runde aus. Wir haben Korrupte. Oh, hier ist direkt ein Toter. Nee, nicht mehr. Na, da ist irgendwo ein Kinder, da glaube ich nicht hin. Na, ich, äh, würde dann gerne hier irgendwie so bleiben. Das Dämon-Gürkchen kann bitte wieder gehen. Dämon-Gürkchen! Und Colin setzt aus, das geht ja mal gar nicht. So. Warum soll ich mal vor kurz? Er ist als Name gesprungen. Oh, könntest du auch im... Hi. Was geht ab? Der ist oben im Main gerade gewesen. Okay, ich setz mich an den Gin. Dann habe ich mich da versteckt, weil der an dem Loch da oben war. Ein Loch-Bürkchen? Ja. Immer dieser Demo-Rund. Ja, der hat Toilet da. Yes! Also hier ist ein Ausgang, ich bin nicht irgendwie sicher. Haha, da fehlen aber noch ein paar Gents, ne? Na, wir machen gerade einen. Goof macht einen. Oh! Oh! Gehen aber immer noch welche. Das ist der Schutzschuss. Goof-Chaster hinten hin. Goof geht jetzt deswegen abhängen, weil sie gut abgeschmiert hat an dir. Habe ich nicht gesehen. Der ist durch ein Portal. Ich weiß zwar nicht wie, er mich nicht gesehen hat, aber naja. Ich war anscheinend die dritte rote Tonne. Geht sie auch abhängen? Hast du das auch gesehen? Was denn? Mir war gerade die ganze Zeit ein Schatten von Demo in den Steinen. Das musst du dir dann mal in dem Video angucken. Ich habe da so hingeguckt. Guck, mir mit noch an. Da läuft ein Demo. Ne, ich habe zur anderen Seite geguckt. An dem Fenster sieht man den. Also ich sehe den. An dem Fenster beim Scheinebaum. Der leuchtet ja bei mir gelb auf. Und ich sehe da die ganze Zeit den Schatten, wie der da läuft und wie der springt zwischendurch. Krass. Jetzt ist weg. Ne, also ich sehe keinen Schatten. Jetzt ist der ganz weg. Krass. Hier war der. Schatten. Ne, ich habe nichts gesehen. Ich versuche mal hier in der Mitte den Jen. Oh, das ist sogar der Jen von der Feng. Ne, hier drin ist auch einer, der angefangen wurde. Vielleicht sollten wir den auslassen. Ich glaube, ich regern uns gerade bis Todes. Oh, ja. Weil oben im Main ist noch einer und dann sind die zwei hier direkt nebeneinander. Ich mache den auf 99. Falls es hinten irgendwie was sei, sollte man nur noch einen braucht, kann man hier hinrennen. Ich kriege meinen nicht an. Okay, dann mache ich meinen aber an. Vielleicht kriege ich den ja so dann zu mir gelockt. Er hat mich verloren. Ja, er kommt zu mir. Die sind jetzt alle hier am Main, die Jens. Alle vier. Ich habe den von der Talia gefunden. Von dem die gerade eben saß. Der geht nach oben, das Bögen wird schon. Ich mache an und hänge dann ab. Okidoki. Und dann mache ich hier an. Ich kann nicht abhängen. Nicht gut. Aber wird abgehandelt. Ja, sie ist runter. Dann kriegst du den Jen an. Ich gehe zu dem Ausgang, den du eben gesehen hast. Ja, hier bei mir ist auch der dritten Ausgang. No way out. Ja, gesprät. Ja. Ich bin beim andern Ausgang. Aber krass, ne? So ist wie Jen, aber der ist irgendwie nicht wirklich auf Jen-Verteidigung gegangen. Aber eigentlich dürfte das nicht so lange gehen, weil der hat nur zwei Hooks. Ich bin dafür, dass es jetzt mal weg geht. Ich auch. Jetzt. Yes. Kriegst du deinen auf? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ja, das weiß ich auch nicht. Die Italiener ist hier bei mir. Aber Goof, keine Ahnung. Check, oder? Ja, die sind bei der Check. Die müssen von der Check quasi nur gerade auslaufen. Ja, ich glaube, die wird nicht weit weg kommen. Die nennt jetzt Richtung Schweinedaum. Also zu Richtung deinen Ausgang. Ich weiß nicht. Ich weiß, die ist jetzt hier am Schweinedaum. Ja, gut, ne? Ach, ja. Die sind jetzt wieder weg. Das Problem ist, die Zeit wird knapp. Ich muss sagen einfach raus, vielleicht gibt die die Hedge. Obwohl das ist jetzt zu spät. Die ist dead. Wir hätten von Anfang an rausgemusst. Egal! Ja, ich dachte, wenn die in deine Richtung läuft oder bei mir, dass man hinter der laufen kann, aber... Das war dann somit die zweite Runde. Wir sehen uns gleich in der dritten und letzten wieder. So, und damit wir kommen zurück zur dritten und letzten Runde und wir sind wieder vollständig. Ich hab keinen Gejammer. Oh nein. Oh Leute. Wir haben ein DEM DEM. Was hast du denn gegen Demos? Ach, DEM DEM. Ich dachte, du meinst... Ich hab verstanden. Ein Blembel... Also Blem... Geisthalt. Boah. Blem Blem. Demo hatten wir ja auch gerade. Ja. Dann hat die Daniel gesagt, denn Colin setzt aus. Ja, ausgleichend jetzt kommt der Colin aus. Dabei haben wir ein Demo-Gürbchen. Der sich einmal von seinem Schatten getrennt hat. Ausgleichend jetzt hat Colin gebrochen. Ich hab er studieren lassen. Ja, das gefällt mir gar nicht. Da kommt mir Denise zu mir. Jaaaa. Dachte mir, ich helf dir mal. Das ist sehr aufmerksam. Ich finde es sehr schwer, diesen Jen alleine zu reparieren, wenn das ein zweier Jen ist. Ja, ne? Ihr macht nur Jens auf einer... Ihr macht Jens nur auf einer Seite. Rebecca holt mich. Ihre Jen war im... ...The Killer Shack. Hat er irgendwelche speziellen Perks mit, dass man... ...jetzt durch Haken oder so mitbekommen hat? Äh... Ja, ist aufgehangen. Was hat unser Jens jetzt gemacht? Der lässt von mir ab. Ja, ich glaube der geht zum Jens zurück. Leute, ich will kein Gejammer. Oh mein Gott, der kommt bei uns raus. Ja, und genau da renne ich gerade hin. Und dann denk ich mir so, ach, ich seh da ein Demo rauskommen. Aus Collins Arschritze heraus. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Colin sah die komische Sachen ab. Die sind gefährlich. Dieses scheiß Geiselhaken, ne? Dann hier wirst du gejagt. Nö. Du abhäng? Ne, ich bin doch beim Jen. Warum? Jetzt gehe ich gleich schon ab hoch. Zieht er mich? Sonst wäre ich jetzt auch gegangen. Also bloß los. Achso, dann geh du. Dann marsch ich den Jen weiter. Dann wäre ich jetzt voll mit 200 Speed losgejumpt. Ich mag kein Gefallen mehr. Ich mag kein Gejammer nicht. Ich mag kein Gejammer nicht. Ich komme. Ich komme. Oh mein Gott! Er war hinter mich. Das kann ich ja gar nicht halten. Okay, ich liege jetzt direkt. Oh, ich bin nix. Unwürdig. Das Demo-Gürkchen ist aber besser als das in der letzten Runde. Ich komme nicht. Oh mein Gott. Nimm Dani. Sorry, nichts gegen dich, Dani. Er folgt mir aber auch. Warum kann eigentlich ein Demo-Gürkchen so weit springen? Das mag ich nicht. Chucky kann auch weit springen. Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, was Chucky macht. Demo jetzt unterscheidet. Von der Attacke her. Ich häng doch mal hier so ein bisschen ab. Irgendwo bei dir in der Nähe? Wir sind alle da hinten. Einer Main. Und die anderen zwei da hinten an Jens. Ja, Demo-Roll. Das ist bei mir. Ja, der ist bei mir. Der ist halt die Tiere, die auch mal schmuten. Oh, Geile, mach lieber in der Nähe. Er ist nicht mehr bei mir. Ah, ich glaube, er hat mich. Ah. Danke. Bitte. Ich geh mich mal schnell heilen. Jups. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja. Hi. Hi. Gehen Sie gerade Colin helfen? Ja. Danke. Nein, hallo, hier hinten. Hallo. Fehlersteckpalette. Oh, oh. Denise. Nein. Oh, das war daneben. Das nicht mehr. Alleine auch aufstehen, glaube ich, mit dem Pöpp, oder nicht? Geh zu Colin. Danke. Gerne. Ich hätte ihn einfach bleiben müssen, hallo. Ich hab die Palette gezogen. Ah. Wer kommt zu euch? Das will ich nicht. Nicht in die Richtung rein, Colin. Ja. Der kommt genau da. Aber er will wieder Colin. Ich bin halt auch die Nummer. Ja. Ach, Mann. Moon, schmeiß dich rein. Er ist die Hals nicht gerade. Dann schmeiß ich mich jetzt rein. Mach den Jen. Mach den Jen. Mach den Jen. Mach den Jen. Oh. Oh mein Gott. Sorry. Lauf. Ja, jetzt fühl ich mich aber schlecht. Ich hab dich voll verkauft. Nein, ich bin extra reingelaufen. Ich bin da. Lebe eh schon drin. Ja. Ich bin da. Leider, ne, ich liege. Leider. Moen, los! Lass mich! Ich leb eh schon viel zu lange mit dem Perk. Ja, ist doch geil! Ihr seid irgendwo hier, wo seid ihr? Du bist ein Profi! Die Hardbeet geht weg! Ich hab leider keine Taschenrampe. Ne, wär eh rücken gewesen. Aber danke euch! Bitte! Ich wär wieder reingerannt, aber ich war nicht schnell genug da. Ich bin tot. Oder ist hier hinten schon auf? Ja. Weiß ich nicht. Ja, 99! Ich bin tot. Ja, random! Du bist hässlich! Sorry, aber random ist hässlich, ist mir tot. 99er Tor und dann ist sie erst am Arsch der Welt und kann da noch nicht mal denken. Das war dann so mit die dritte und letzte Runde, ich hoffe es hat euch gefallen, wir in Galaxian direkt. War leider nicht da. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Das war jetzt aber eine sehr interessante Dritte. Das war jetzt aber eine sehr interessante Dritte. Das war jetzt aber ein sehr interessante Dritte.